Das ist ja unten, von der Wiese her. Ja, ist halt grün unten am Wald. Ausgangs-Ausröhe, der Kürbäck ist. Hä? 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist ja nicht so geil. Dann rücken wir jetzt hier vor. Das ist ein schöneres Pferd, Alter. Das kann man da auch zum einen machen. Hauen wir ab, wenn wir hin und probieren wir wieder ein Segel. Das ist ja nicht so geil. Das ist ja nicht so geil. Aber das ist ja nicht so geil. Haben wir die Motor, Alter? Ja. Das ist ja nicht so geil. 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 Das ist ein bisschen schwer, dass das hier steht, ja. Einfach klein, ne? Ja, das geht ja auch wieder auf den Wind. Oh, kleiner ins Kanada. Wow! Schauen wir das! Wie viele nehmen? Wie viele haben uns? Ja, ich bin immer den. Das ist ein bisschen der Bord. Ich bin immer den. Ich bin immer den, du hast doch hier. Das ist geil. Ja, ja. Das wird kein Problem sein. Warte, was sei denn mit der Landebahn? Die Landebahn? Die Landebahn? Na ja, ich weiß nicht, warum. Das ist schlecht. Da, so. Warte mal, Anita. Ja, ein bisschen mehr. Das ist schlecht. Super. Schärf. Bravo. 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 Jetzt schraube ich. Jetzt schraube ich. Jetzt schraube ich. Hochzebistin,